So Leute, ihr wisst ja auch Charaktere werden des öfteren gebraucht, deshalb werde ich hier einfach mal die nette Inferna ansprechen. Zack, die gibt uns natürlich auch direkt Materialien, weil wir sie gerade das erste Mal gefunden haben. Was kann Inferna? Man kann sie herausfordern und sie hat die Aufgabe, sammle Glühböhmchen auf. Ist natürlich ganz gut, gibt 120 Gold, falls wir die mal irgendwann in der Season brauchen, dann könnt ihr mir jetzt schon mal dankbar sein, denn Inferna werdet ihr genau hier finden, zwischen Holly Hedges und Sweetie Sands. Ich gucke aber noch gerade, da ist das ein bisschen näher, also genau da, wo der See ist, hier auf diesem kleinen Hügel, da könnt ihr sie finden, ist die Nummer, 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 zack, ah, Gott, man hat einfach zu viele Sachen, die man drücken kann. Wo sind wir? Sammlung und da haben wir sie. Sie ist die Nummer 4. Also, ich hoffe, ich konnte euch damit schon weiterhelfen, wo ihr Inferna findet, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns eventuell bei der nächsten Aufgabe, nächster Livestream oder aber beim nächsten Charakter. In dem Sinne, haut rein!